Hallo, ich heiße Markus. Ich bin 45 Jahre alt. Ich komme aus Deutschland. Das ist meine zweite Haartransplantation. Die erste wurde vor einem Jahr gemacht. Ich bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden und mache jetzt das zweite Fertigsel zu sauber und kann nur Positives berichten. Bis jetzt hat alles super geklappt und ich bin jetzt schon gespannt, wie es beim zweiten Mal läuft und ob es das Ergebnis vom ersten Mal noch übertrifft oder ob es mindestens genauso gut wird. Die Leute hier sind super nett und die Organisation ist auch sehr gut. Ich bin auch in einem super Hotel untergebracht, also bin rundum voll zufrieden. Dort werden auch die Haare nur etwas weniger als die jetzt sind. Dort entsteht auch kein What a House. Das ist jetzt meine zweite OP. Ich bin zum zweiten Mal hier. Und ich bin durch einen Freund auf die Haartransplantation gekommen. Und ja, es ist beim ersten Mal, das war genau vor einem Jahr, hat sehr gut geklappt. Auch super Ergebnis. Also bin sehr zufrieden. Bei mir wurde das erste Mal die vordere Hälfte vom Kopf gemacht und jetzt die hintere Seite. Und ja, also wenn das, würde ich sagen, das zweite so gut funktioniert wie das erste, dann bin ich rundum zufrieden und dann denke ich, habe ich auch wieder volles Haar. Und mein Freund hat mich darauf gebracht. Also bei dem habe ich das zum ersten Mal gesehen oder hat mir das zum ersten Mal gesagt, dass er das machen lässt. Und ich habe gesagt, wenn das funktioniert, dann mache ich das auch. Und ja, das Ergebnis war super. Und deswegen bin ich jetzt auch zum zweiten Mal hier und habe das fertig machen lassen. Hallo, ich habe meine Haartransplantation vor zwei Jahren machen lassen. Ich bin auch rundum zufrieden. Meine Haare sind wieder gewachsen und die OP ist problemlos verlaufen und der Transfer und vom Flughafen die ganze Geschichte hier unten hat super geklappt bei Elite. Also ich bin zufrieden. Ich bin auch grüßere.